Wenn irgendjemand entdecken kann, wie unsere arme Letty ums Leben gekommen ist, so wird er es herausbringen. Was kann es aber nützen, Vater, wenn wir uns jetzt noch damit ängstigen und quälen? Die Wunde wird nur immer von neuem bluten und unser Herzblatt bringt es uns doch nicht zurück. Ich gäbe gleich meine rechte Hand darum, Millie, erwiderte er mit einer Leidenschaft, die sie erschreckte, wenn ich wüsste, wie die arme Letty den Tod gefunden hat. Es entstand eine Pause. Dann fragte Woodruff plötzlich, wo ist Anna? Auf ihrem Zimmer, Vater. Sie ist ganz fassungslos und hat seither weder gegessen noch geschlafen. Anna ist in mancher Beziehung noch wie ein kleines Kind und sie hat Letty so lieb gehabt. Geht zu ihr, mein Herz. Ihr könnt einander am besten trösten. Es lässt mir keine Ruhe, bis ich weiß, ob Beck angekommen ist. Da will ich ihm lieber eine Strecke weit entgegen gehen. Woodruffs Haus war ein hohes Backsteingebäude, das an einem bewaldeten Abhang gelegen nach dem Meere hinaus schaute. Etwa drei Meilen landeinwärts lag die große, blühende Stadt Daringham, wo Woodruff sich als Maschinenbauer sein Vermögen erworben hatte, das ihn in den Stand setzte, sich Haus und Park zu kaufen und hier am Seeufer, für das er schon seit seiner Knabenzeit schwärmte, ein behagliches Leben zu führen. Auf der Landstraße einherschreitend, hatte er schon den halben Weg nach der Stadt zurückgelegt, als eine Droschke rasch an ihm vorüberfuhr. Ein schläfrig aussehender Mann, der Woodruff wie ein Handlungsreisender vorkam, saß darin bequem zurückgelehnt. Etwa 20 Schritt weiter hielt die Droschke plötzlich still. Ihr Trägerinsasse sprang wie ein Schulknabe heraus und kam spornstreichs zurückgelaufen. »Kennst du mich nicht mehr, John?« rief er, Woodruff herzlich die Hand entgegenstreckend. »Ich hab dich auf den ersten Blick erkannt.« Der Angeredete starrte ihn einen Augenblick ganz verwirrt an. Bald ging ihm aber ein Licht auf. »Was? Du bist doch nicht etwa der kleine Paul Beck?« rief er. »Ich bin so gewiss, Paul Beck, als du John Woodruff bist. Vor mancher Tracht Prügel hast du mich in der Schule bewahrt, wo ich unter den kleinen Buben war, während du zu den Großen gehörtest. Es tut mir herzlich leid, John, dass wir uns aus so traurigem Anlass zum ersten Male wiedersehen.